Dies ist ein Rage-Video für das Spiel Klartext von Hasgro. Hasgro. Hallo und herzlich willkommen bei TipTapTube. Und los geht's. Was ist das Spiel hier? Klartext. Dazu gibt es hier einmal zwei verschiedene Karten. Da haben wir einmal blaue und rote. Die blauen für die Erwachsenen und die blauen für die Kinder. Und wir spielen erst in zwei Teams. Die beiden, also Mama, Papa und Ash und ich. Die Kinder fangen an und seid ihr bereit? Ja. Eine Hennel geht zum Himmel. Eine Hennel geht zum Himmel. Hummel. Hummel. Zunge. Hummel. Hummel. Ringel. 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 Himmel. Hummel. Hummel. Himmel. Ich glaube, du hast das eben schon gesagt. Himmel. Hummel. Richtig. So, es war richtig. So, wir haben Zeit. Habt ihr noch keine mehr? Ja. Und dadurch, würde ich sagen, sind wir dran. Es geht los. Würmer im Korb wollen... Was? Warte. Würmer im Korb wollen zum Wald. Was? Würmer im Korb wollen zum Wald. Warte. Warte. Würmer im Korb wollen zum Wald. Ja. Okay. Das war jetzt hier das Spiel Klartext. So funktioniert das. Wir haben noch einen ganzen Stapel vor uns hier. Es steht eins zu eins. Unentschieden. Und falls ihr das Spiel auch schon mal gespielt habt, dann postet das unter dem Hashtag Family Battle. Und Dojos Spielzeugwelt macht hier auch mit. Da könnt ihr auch mal reingucken. Genau. Und Lulu und Leon. Auch nochmal Spaß gemacht. Und dann wir sagen... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.